Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Mein Name ist Christopher Funk, herzlich willkommen. Heute wieder mit einer Interview-Folge zu einem, vielleicht sogar dem wichtigsten Thema überhaupt, nämlich wie überlebe ich. Und wir sind ja irgendwie eine Kombination aus Körper und Geist, wenn es gut läuft. Wir vernachlässigen oft den Körper und den Geist manchmal auch, aber wenn beides nicht richtig funktioniert, haben wir ein Problem. Vor allem, wenn der Körper nicht funktioniert. Und man kann etwas dagegen tun, indem man sich regelmäßig bewegt, habe ich mal gehört. Das kann man richtig und falsch machen und so, dass es einem Spaß macht oder keinen Spaß. Und deswegen habe ich mir einen Experten gesucht oder er hat mich gesucht, können wir gleich nochmal klären, der uns was dazu sagen kann, wie du dich, obwohl du einen stressigen Job hast, der dir Spaß macht, wie du dich fit hältst. Und wir sind hier in Firnheim bei Stefan Schlegel. Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Erzähl doch mal, was du machst. Also ich bin seit knapp 20 Jahren selbstständig als Personal Trainer, habe vor fünf Jahren diese Räumlichkeiten quasi gegründet oder eröffnet. Und wir helfen Menschen mit wenig Freizeit, weil Zeit haben wir ja alle gleich viel, 24 Stunden, also Menschen mit wenig Freizeit, trotz dieser wenigen Freizeit ein Leben zu führen, das, das sei jetzt mal, einfach mehr Lebensqualität bietet. Oder anders gesagt, dass sie einen Körper haben, der ihren Träumen nicht im Wege ist. Was meinst du damit? Naja, oftmals ist es ja so, dass Menschen sagen, oh, das kann ich nicht, weil da habe ich Rückenschmerzen oder mit Klettern gehen oder mit den Kindern spielen. Oh, dann muss ich mal, mach mal Pause oder sowas. Und das darf es ja nicht sein. Also ich meine, wir sollten so fit und agil sein, dass wir mehr oder weniger alles machen könnten, also quasi artgerecht uns einfach noch bewegen können. So wie es die Kinder, also mein Sohn ist zwei Jahre, was der für Bewegung macht, die würde ich auch gern wieder können. Aber das ist unser Ziel. Wir wollen den Menschen wirklich helfen, dass sie einen Körper haben, eine Fitness haben und dadurch natürlich auch ein Mindset, also ein Selbstbewusstsein, dass sie einfach wesentlich leistungsfähiger sind. Was sie dann damit machen, ist jedem selbst überlassen. Hast du gemerkt, also daraus entsteht, glaube ich, Training für Körper und Seele? Also hast du gemerkt, dass sich, wenn die Leute bei dir trainieren und dann auch fitter werden, dass sich deren Kopf auch verändert, deren Seele? Ja, definitiv, weil beim Sport ist das Schöne, wir können über den Körper an den Kopf oder wir können über den Kopf an den Körper kommen. Der einfachste Weg ist über den Körper, weil wenn ich Sport treibe, wenn ich vielleicht mich mal ausbaue oder einfach eine Grenze überschreite im Sinne von, ich schaffe eine Liegestütze mehr oder eine halbe als vielleicht noch vor einer Woche, dann setzt das in uns ja was frei. Ein Erfolgsgefühl und dieses Erfolgsgefühl, werden wir irgendwann erfolgshungrig und das bewirkt sich auch oder wirkt sich auch im Job ganz klar aus. Überall, ganz überall. Man sagt ja auch, dass wenn du deinen Körper bewegst, dass dein Geist auch besser funktioniert, ne? Ja, aber auch mit anderen Dingen. Also ein Klient kam zu uns an und sagte, naja, so also mit seiner Frau libidomäßig ist auch nicht mehr so das Bombe. Also es ist überall im ganzen, im kompletten Leben oder das, was wir Menschen halt eben sind, ist aus meiner Sicht eben der Körper wichtig und natürlich auch der Kopf, die Einstellung dazu. Und wir können von oben nach unten oder von unten nach oben eben. Okay, das heißt, du bist Personal Trainer für eine spezielle Zielgruppe. Genau. Also genau, exakt. Ja, so kann man das sagen. Die Zielgruppe sind halt eben Menschen mit wenig Freizeit und da haben wir uns in der Vergangenheit spezialisiert auf Führungskräfte. Okay, das sind ja Leute, die ganz besonders wenig Zeit haben. Das sagt man ja von Leuten im Vertrieb auch, wenn du viel im Auto sitzt und so weiter. Du hast Anfahrt, du hast Abfahrten und so weiter. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, ist heute auch noch so, wenn ich abends nach Hause komme, irgendwie um 19 oder 20 Uhr, dann geht bei mir nichts mehr, bewegungstechnisch. Ja, dann würde ich mich auch nirgendwo mehr hinbewegen. Ich habe das jetzt geändert, indem ich halt morgens zum Sport gehe, bevor ich zur Arbeit gehe. Aber wie findet man da am besten seinen Slot, dass man regelmäßig Sport macht? Erstmal ist die Grundfrage, was ist Sport und wie lange sollte Sport dauern, um wirken zu können? Und viele haben dann im Kopf, Sport ist ja mindestens mal eine Stunde, muss ich irgendwas machen. Das ist vollkommen Käse. Wir haben wissenschaftlich erwiesene Trainingskonzepte, die gehen vier Minuten. Und sind so wirksam wie eine Stunde. Das ist wissenschaftlich erwiesen worden. So, und wenn man jetzt dieses Wissen einfach zusammenpackt und macht daraus eine 10 Minuten, 15 Minuten Einheit. Ich meine, fünf Minuten oder acht Minuten am Tag hat doch jeder. Selbst wenn er die Tagesschau guckt, dann sind ja schon, wie viel, 13 Minuten rum, zwei Minuten Wetterbericht, sind 15 Minuten, kann ich Bombebeit trainieren. Okay, ich brauche schon 10 Minuten, um mich umzuziehen. Und das ist ja auch wieder das Geniale, dann mache ich es in meiner Arbeitskleidung. Also Sport muss nicht immer unglaublich schwitzend sein oder mich total verausgaben. Das ist Käse. Das ist ein falscher Glaubenssatz, der dort vorhanden ist oder ein mangelndes Wissen. Es ist ja auch so eine Grenze, dass man sagt, naja, die Stunde habe ich halt nicht und deswegen mache ich besser gar keinen Sport. Genau, und deshalb haben wir halt Programme entwickelt für unsere Führungskräfte, wo die dann halt eben sagen, ja, ich habe halt wenig Zeit, Meeting hier, Meeting da, dann noch eine Reise und was nicht alles. Ja, aber fünf Minuten hast du immer und wenn du es nicht hast, spiele das in zwei mal drei. Also es gibt keine Ausrede. Es gibt auch keinen zu spät für Fitness. Die älteste Klientin, die je zu uns kam, war 84. Mit 84 Jahren kam die zu uns, also ihr Sohn hat das natürlich arrangiert, sage ich jetzt mal, und die kam mit diesem Gehhilfe, ja, das ist klok, klok, immer vor sich hin. Nach einem Vierteljahr hat sie die weggeschmissen und ein weiteres Vierteljahr hat sie ihre Einkaufstüten selber getragen. Mit 84, das ist Lebensqualität. Also es gibt keinen zu alt für fit. Ja, ich habe auch jetzt gerade eine Dokumentation gesehen über die einzige Richterin am Bundesgerichtshof in den USA und die ist jetzt, glaube ich, auch knapp 90 und hat sich jetzt einen Personal Trainer genommen, um fit zu bleiben. Was für ein geiles Mindset ist das? Unser jetziger ältester Klient ist 74. Der hat gesagt, der ist mehrfacher Weltmeister und Europameister im Triathlon, in seiner Altersklasse, im Winter-Triathlon, X-Terra und sowas, voll die Maschine. Und mit 74 sagt er, ich hole mir einen Personal Trainer, um noch besser zu schwimmen. Also wo andere sagen, keine Ahnung, was kommt denn heute im Fernsehen, sagt der sich, ich will noch besser werden. Ich finde das genial. Ich finde das auch geil. Das ist cool. Okay, aber wir haben ja viele Menschen und ich sehe das auch bei mir im Büro, wo dann gesagt wird, naja, ich habe aber eigentlich keine Zeit für Sport. Ich fange morgens früh an zu arbeiten, dann ist der Tag stressig. Mittags, also ich habe auch schon mal belegt, mittags zu machen, aber das kam bei uns überhaupt nicht gut an. Mittags ist blöd. Gut, abends bist du platt. Wie fängt man da an? Wie, was empfiehlst du deinen, was empfiehlst du uns, was empfiehlst du deinen Coachees? Also erstmal die Frage, sind sie draußen unterwegs, im Auto jetzt zum Beispiel? Da würde ich ein anderes Programm in Anführungsstriche wählen, als jetzt im Büro. Im Büro habe ich das einem Klienten letztens empfohlen und habe gesagt, du, wenn du einfach aus deinem Büro rausgehst und ins nächste Büro, mach doch einfach sogenannte Ausfallschritte. Also das sind sehr große Schritte, wo man halt quasi ziemlich große Ausfallschritte macht. Man geht weit runter und dabei machst du noch eine Oberkörperrotation. Und damit hast du deinen kompletten Hüftbeuger, der ja durch das Sitzen immer so verengt wird, komplett aufgedehnt. Das ist auf einmal eine komplett neue Freiheit, die dort entsteht. Ja, das ist die Bewegung, bei der ich am meisten Muskelkater kriege. Ja, dann ein Tipp für dich, mach das mal gesprungen auf der Stelle. Ausfallschritt, gesprungen, das ist der Hammer. Dann kriegst du richtig Muskelkater. Ich kriege immer noch so Kettelbäts in die Hand, wenn ich das machen muss. Ja gut, okay. Du kannst den Druck in die Hand nehmen. Ja. Okay, Ausfallschritte, was jetzt eine Kollegin von mir macht, die sagt immer, sie steht immer einmal eine Stunde auf, ist im vierten Stock, geht runter ins Erdgeschoss und geht wieder hoch. Super, Bombe, na klar. Also ist natürlich noch besser, aber das ist ja schon wieder dann vier Minuten Aufwand, wo ja viele sagen, die Zeit habe ich nicht. Natürlich, das ist natürlich genial, vor allen Dingen das Hochgehen dann. Und das würde ich dann eben auch zum Beispiel zwei oder drei Stufen gleichzeitig nehmen. Oder auch mal sagen, ein Stock weg, sprint dich mal hoch. Es geht immer mehr. Ja, aber ich finde es wichtig, wenn man, dass deine Hörer oder auch du oder wir Menschen generell, dass wir ab und zu einfach mal so die Pumpe mal durchpusten lassen. Einmal so wie so ein Wagen, das ist wie, unser Körper ist ja wie ein Formel-1-Wagen, der will ja auch mal volle PS-Zahlen genutzt werden. Das ist ja ein Bolide, der wirklich auch was leisten will. Und wenn wir die ganze Zeit nur rumsitzen, der verkümmert ja. Das ist wie ein Rennpferd, was du nur im Stall lässt. Das wird irgendwann ein Esel. Ja, ich habe mal gelernt, du musst, das wäre jetzt nochmal, was ich dich auch fragen wollte, du musst eigentlich einmal am Tag oder zweimal die Woche oder dreimal die Woche richtig schwitzen. Also dass der Kreis auch wirklich mal, deswegen, das wäre jetzt die Frage, weil das geht in vier Minuten ja schlecht, ne? Also dass du auch deinen Kreislauf halt mal auspowerst, ne? Das geht in vier Minuten brillant. Das geht, ja. Ja, doch. Sprint mal vier Minuten. Also immer wieder kurze Sprints. Ne, natürlich, das funktioniert. Also grundsätzlich muss, würde ich nicht sagen in diesem Fall, man muss das oder man sollte das, sondern es tut gut, es ist hilfreich. Stark schwitzen, naja gut, da kenne ich genug, die einfach nur ihre Kleidung anziehen und stark schwitzen. Also durch Sport, durch Bewegung, definitiv, bin ich ein Fan von. Es tut einem auch gut. Es tut einem einfach mal gut, mal die Pumpe wirklich zu spüren und zwar willentlich zu spüren. Nicht im Sinne von, der Fahrstuhl fällt aus, ich gehe in den ersten Stock und bin schon am Pumpen, weil ich so unfit bin. Sondern wirklich willentlich zu sagen, jetzt mache ich etwas, wo ich wirklich mal austeste was. Ich finde das auch krass. Also wir machen nachher noch ein paar Videos, wo du mal zeigst, wie ich im Anzug Übungen machen kann oder auch im Auto jeden Tag, dass man halt fitter bleiben kann. Ich finde das so krass, ich habe eine Kollegin und ich gehe jetzt immer die Stufen hoch in den vierten Stock. Ja, sehr gut. Die stand dann unten am Fahrstuhl und meinte so, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht in den vierten Stock. Und die ist irgendwie Anfang 40, wo ich denke. Da sind wir genau bei dem Punkt, wo du vorhin gefragt hast. Verändert sich im Kopf auch was, wenn ich Sport treibe? Wenn sie regelmäßig, über Regelmäßigkeit und Länge können wir gleich nochmal reden, aber wenn sie regelmäßig Sport treibt, dann weiß sie ja auch, was sie imstande ist zu leisten. Und sie weiß auch, hey, manchmal denke ich, ich schaffe gar nicht so viel, aber ich schaffe viel mehr. Und den ersten Stock zu gehen, die Treppe hoch, wenn ich das mir nicht mehr zutraue, dann hast du, glaube ich, ein anderes Problem. Das ist traurig, oder? Das ist echt. Ich sage auch immer, es ist immer die Frage, ist es, also bei vielen Sachen, wenn die Leute sagen, ich kann das nicht, heißt es eigentlich, ich will das nicht. Ja, oder ich weiß nicht, wie ich das machen sollte. Also es gibt ja Dinge, wo wir sagen, wir sind ja willig, aber wir können es nicht, weil wir nicht wissen, wie wir es machen sollen. Also gib mir jemand eine Schablone, nimm mich an die Hand, hilf mir, dass ich das schaffe. Ich will, aber ich weiß nicht, wie. Also die beiden, entweder kein Bock oder einfach die Unwissenheit. Ich habe mal letztens mit jemandem gesprochen, der sagt, ja, ich kann kein Wasser trinken. Ich kann kein Wasser trinken. Wo ich so denke, okay, wenn wir dich mal drei Tage in der Wüste aussetzen, meinst du, das würde dann gehen? Vermutlich schon, ja. Das ist für mich dann eine Ausrede, zu sagen, okay, woran liegt es? Okay, es ist kein Geschmack da. Gut, dann pack ein paar Orangen rein oder Zitronen, dann hast du Geschmack. Also einen Weg gibt es immer. Wie gesagt, manchmal weiß man nicht, wie einfach der Weg sein könnte. Und Gesundheit ist so einfach. Fitness ist wirklich so einfach. Oder schlank sein. Also nicht übergewichtig, ja. Ich bin kein Fan von diesen Size Zero Sachen, überhaupt nicht. Jeder hat so sein Wohlfühlgewicht, nenne ich es jetzt mal auch. Auch sein Wohlfühlkörper. Aber das ist wirklich sehr einfach. Das ist viel einfacher als die meisten denken. Okay, dann erzählst du mal, wie der Weg ist. Also es kommt jemand zu dir, der irgendwie Ende 30 ist. Seit früher viel Sport, also das Klassische, sie haben früher mal viel Sport gemacht. So bis Mitte 20 oder Ende 20 vielleicht noch. Dann viel Fußball gespielt, meistens dann eine Verletzung gehabt. Dann aufgehört und dann eigentlich gar nichts mehr gemacht, zehn Jahre lang. Jetzt merken sie so langsam, wenn ich Treppe hochgehe, ich habe immer so ein komisches Stechen in der Brust. Und irgendwie, ich muss mir alle zwei Jahre auch eine andere Kleidergröße anschaffen. Und der kommt jetzt zu dir. Wie geht es dann los? Also wie ist der Plan? Also das Erste ist natürlich mal, was will er überhaupt erreichen? Wo ist das Ziel? Und für mich viel wichtiger, warum? Warum willst du jetzt als Beispiel das erreichen? Und dann kommen die meisten an und sagen, ja, 10 Kilo oder was nicht immer. 20. Ja, von mir aus auch 30 ist aber die komplett falsche Maßeinheit. Kilogramm ist die falsche Maßeinheit für Erfolg. Punkt. Alles, es gibt keinen Diskussionspunkt dahinter. Oder die Maßeinheit müsste eher sein, Zeit, Strecke, Prozent oder was auch immer. Aber vor allen Dingen das Wohlfühlen. Und ganz oft sagen sie dann, ja, 20, 25 Kilo runter. Dann sage ich, okay, warum nicht fünf und wenn du doppelt so fit bist? Ja, das ist auch okay. Aber wir haben ja in der Vergangenheit ein Bild von uns in einem Fitnesszustand, wo wir sagen, damals hatte ich Konfektionsgröße X, das will ich jetzt wieder haben. Dabei ist nicht die Konfektionsgröße, die ich wieder haben will, sondern den Fitnesszustand und auch das Selbstbewusstsein und die Stärke im Kopf. Also wird erst erfragt, warum willst du das erreichen? Dann machen wir einen extrem intensiven, genialen Gesamtcheck, um den Gesundheits- und Fitnesszustand zu ermitteln. Das heißt also wirklich von den, der Check ist zusammengesetzt aus Teile, wie die deutschen Astronauten getestet werden, wie die besten Sportvereine Amerikas ihre Talente scouten. Muss ich vorher nochmal zum Arzt gehen? Müssen nicht. Wenn bei uns irgendwo ein gelbes Licht leuchtet, ist das die Empfehlung. Wenn es ein rotes, musst du. Also dieser Check, das ist dann so Herz-Kreislauf? Ja, mit EKG und ähnlichem. Das macht ihr aber hier? Ja, alles hier. Und also dieser Check, den gibt es in der Kombination kein zweites Mal. Wie lange dauert das? Wir nehmen uns dreimal eine Stunde dafür Zeit. Okay. Also ist das dann Ausdauer, Beweglichkeit, Herz-Kreislauf, Kraft? Ja, in der Richtung. Vor allen Dingen auch Muskelfunktionstest. Also der Körper besteht ja aus Muskelketten. Und wir wollen nicht wissen, wie viele Liegestütze schaffst du, sondern wie übst du die Liegestütze aus? Wo hast du Ausweichbewegung? Was macht deine Schulter? Und so weiter. Und vor allen Dingen, was diese Menschen ganz oft verlernt haben, ist die richtige Ansteuerung der Muskulatur. Die sagen zwar Bein hoch, aber steuern, was weiß ich, irgendwie die Bauchmuskulatur an. Oder vergessen, das Knie anzusteuern. Und das erkennen wir in unseren Tests halt eben. Und dadurch können wir auch nur sagen, vor allen Dingen daraus können wir vermeiden, dass sie zwar mit gutem Sport beginnen, aber mit den falschen Übungen für sie. Und das ist ja das Entscheidende. Wir holen sie wirklich da, wo sie an dem Tag sind. Und ich kenne das noch vom Yoga. Als ich mit Yoga angefangen habe, dann haben sich die Leute immer kaputt gelacht, weil die anderen Leute haben so eine Übung gemacht. Und ich so, ich konnte das nicht mal ein Stück. Also zum Beispiel so im Schneidersitz sitzen und den Oberkörper nach vorne lernen. Die anderen so mit der Stirn auf dem Boden und ich so einen Zentimeter nach vorne. Ja, ja, genau, genau. Und ich so, wieso geht das bei mir nicht? Das ist natürlich auch frustrierend am Anfang. Und das ist ja wichtig, wenn jemand zu uns kommt, der kommt ja aus freien Stücken, es sei denn, die Frau schickt ihn. Aber im Prinzip kommt er aus freien Stücken. Und dann ist es für uns wichtig, ihn dort auch abzuholen und auch nicht zu überfordern. Okay, also Gesundheitscheck. Genau, also sagen wir mal Allgemeincheck. Und dann beginnt das Training. Und das Training, so banal es klingt, wir holen ihn wirklich da ab, wo er ist. Das heißt, wenn er nach zehn Kniebeugen schon Probleme hat oder schon schnauft, dann macht er halt nur neun. Also das Training wird wirklich Schritt für Schritt auf dem Niveau aufgebaut, wo sich die Person befindet. Plus natürlich, wo er hin will. Es ist dabei, also ich sage immer so, für mich ist das Ideal eigentlich immer die optimale Kombination aus Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Und Stabilität. Und Stabilität. Diese vier Elemente, die kommen in jedem Training bei uns vor. Also diese Stabilität, wie gut stehe ich einbeinig da und solche Sachen. Also diese vier Elemente, absolut richtig, die kommen in jedem Training bei uns vor. Und dann baut ihr einen Trainingsplan zusammen, der dann hier durchgeführt wird? Oder auch teilweise dann machen die Leute das dann zu Hause und kommen dann zum Checkup? Oder wie baut ihr das auf? Was würdest du empfehlen? Also vom Grundprinzip ist es natürlich so, die höchste Erfolgsgeschwindigkeit hast du, wenn du jemanden an der Seite hast und zwar immer. Und das ist in unserem Fall beim Personal Training halt, wenn du regelmäßig mit deinem Personal Trainer trainierst, bist du am schnellsten an deinem Ziel. Du machst während dem Training keine Fehler. Sobald Fehler entstehen, korrigieren das mein Team. Du machst immer die richtigen Übungen für den Tag, der heute ist. Das ist das Entscheidende. Nur weil du gestern Ausfallschritte gemacht hast, sind es nicht die richtigen Übungen für heute vielleicht. Weil du heute besonders wenig im Auto saßt oder was auch immer. Das ist natürlich die ultimative Geschwindigkeit. Und wie viele Sessions empfehlst du dann da? Also Personal Training machen, empfehlen natürlich, klar, drei, vier, fünf die Woche, logischerweise. Ich bin ja Personal Trainer. Dadurch komme ich natürlich am schnellsten voran. Grundsätzlich Sport pro Woche, das ist meine Empfehlung, mindestens dreimal. So drei bis fünf ist ideal. Und Sport heißt nicht eine Stunde. Sport heißt wirklich, ich nehme jetzt Zeit für meine Gesundheit, für meine Fitness. Sagen wir mal einfach, wer drei bis fünf Mal die Woche sich jeweils 15 bis 20 Minuten Zeit nimmt, ist in einem genialen, nicht guten, sondern in einem genialen Maß. Das wäre perfekt. Also alltagstauglich dann, ne? Ja, absolut. Weil beim Körper oder bei der Trainingslehre heißt es, Häufigkeit vor Umfang. Lieber häufiger und dafür nicht so lange dann. Also zwei Stunden in der Woche Sport, lieber auf fünf Tage verteilen, bringt um Welten mehr. Also es ist schon unfair, das miteinander zu vergleichen. Und es ist, glaube ich, auch entscheidend, dass man moderat anfängt. Das ist ja oft dann, ich sehe das auch immer im Januar dann im Fitnessstudio, nach den guten Vorsätzen und so weiter, da hast du einige Leute, die knallen dann gnadenlos rein, die siehst du dann auch jeden Tag, ja? Und powern sich dann mega aus in den Geräten, ja? Bis Mitte Februar. Genau. Das ist schon lang. Ja, das sind die Hardcore. Ende Januar sind die meistens dann nicht mehr da, ja? Weil die dann entweder verletzen sich oder haben dann auch Schmerzen, ne? Also weil der Punkt ist ja oft, dass deine Gelenke und deine Muskeln und deine Sehnen ja auch viel länger brauchen, um sich an so eine Belastung anzupassen als deine Muskeln, ne? Ja, ganz klar. Also da kann man ganz einfach darauf zu sagen, ist, je schlechter ein Bereich im Körper durchblutet ist, umso länger dauert der Heilungsprozess oder auch der Anpassungsprozess. Also Sehnenbänder halt deutlich länger als Muskulatur oder gar der Herzmuskel sogar. Ja, absolut. Also, nee, das Problem ist ja dann eben voll motiviert und lassen es krachen. Und das Problem ist eben, sie wurden nicht dort abgeholt, wo sie sind. Weil die hohe Kunst ist nicht motiviert zu sein. Die hohe Kunst ist Kontinuität. Und das ist der Unterschied. Das ist wie in jedem Job auch. Also es ist überall die Kontinuität, wenn du an einem Tag zehn Kaltakquise-Anrufe machst, ist toll. Aber wenn du jeden Tag zwei machen würdest, hast du viel mehr davon. Du wirst auch viel besser. Ja, am besten jeden Tag zehn. Das ist wiederum, das ist Personal Training. Das ist wirklich, das ist dann eben die obere Liga davon. Aber ganz klar, genau so funktioniert es. Und so ist es mit dem Körper auch. Ich weiß, dass sehr viele Menschen da draußen sind, die wirklich wenig Freizeit haben. Also wirklich dann noch Familie, Kind. Und sie wollen ja auch Papa sein oder Mama. Und auch was davon haben. Man setzt ja kein Kind in die Welt, um einfach mal was getan zu haben. Sondern man will ja eine gemeinsame Zeit miteinander verbringen. Aber ist das nicht der Ansporn zu sagen, hey, für mein Kind, für meine Frau, für meinen Mann. Natürlich in erster Linie immer für mich selber. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Das ist wie beim Flugzeug. Wem sollst du die Maske zuerst aufsetzen? Immer erst dir, damit du anderen helfen kannst. Und das ist einfach, das muss im Kopf sein. Erst ich. Ich höre das ganz oft von Müttern, die sagen, ja, mein Kind ist das Wichtigste in meinem Leben. Das verstehe ich. Aber wenn du nicht gesund bist, kannst du deinem Kind nicht die Liebe und die Kraft schenken, die es braucht. Und auch wenn du kein Vorbild sein kannst. Ja. Wie willst du deinem Kind erklären, dass es nicht jeden Tag ein Nutella-Brot essen sollte, wenn du selbst dir drei reinhaust? Ja, ein Nutella ist doch total gesund. Es schmeckt vor allen Dingen. Und da sind wir auch. Und das ist mir ganz wichtig. Ich bin Kuchen-Junkie. Ich kann 24 Stunden am Tag Kuchen essen. Ich liebe Kuchen. Du kannst nämlich nachts um drei wecken. Ich esse dir ein ganzes Blech weg. Ein ganzes Blech. Aber auf der anderen Seite muss die Balance passen. Jeder von uns hat ein sogenanntes, ich nenne es immer so ein Gesundheitskonto. Und je mehr du darauf einzahlst, umso mehr kannst du irgendwann auch abheben. Aber wenn die Balance nicht stimmt, dann hebst du nur ab. Und jedes Konto ist irgendwann mal, irgendwann ist dein Dispo am Ende. Und dann hast du ein Problem. Ja, ich mag das Bild auch. Also ich habe das mal so gehört, dass du halt mit 100 startest. Also das Konto ist voll mit 100. Und wenn du halt nichts machst und halt immer dagegen trinkst, rauchst, wenig Sport machst, viel arbeitest und so weiter, dann geht es halt immer wieder runter. Und du merkst das aber eigentlich erst so ab 30. Also wenn du unter 30 fällst, und das Level 30, dann fängt halt dein Körper zu sagen, hallo, jetzt gibt es ein Problem. Also wenn du immer nur abhebst, hast du halt irgendwann ein Problem. Weil der Körper beginnt ab dem 23. 24. Lebensjahr schon wieder an abzubauen. Punkt eins. Ab dem 30. Lebensjahr pro Jahrzehnt, 30 bis 40, 40 bis so, verlierst du ein Kilo Muskulatur. Egal wie viel Sport du machst, du verlierst es einfach vom Abbauprozess, vom Atrophieren. Und allein dem musst du ja schon gegenwirken. Oder solltest du gegenwirken. Wobei, das ist ja immer so eine komische Statistik, wenn das natürlich, also genau diesen Durchschnittsmann betrifft, der halt dann irgendwann, wenn er ins Berufsleben eintritt und heirat und Kinder kriegt, halt keinen Sport mehr macht. Wenn du die alle misst, dann ist es natürlich so. Aber wenn du, also bei dir ist es wahrscheinlich nicht so, oder? Doch, der Abbauprozess ist, also die Zellen und das im Körper ist bei jedem gleich. Da haben wir keine, also bei jedem normalen, also normal heißt dann wieder gesund. Also wenn ich jetzt Krebs oder sowas. Also lassen wir mal, bei jedem Menschen, nenne ich es jetzt mal verallgemeinert, ist es gleich. Aber der eine hat halt mehr auf sein Konto eingezahlt. Vielleicht hat er mehr als 100 Punkte drauf. Vielleicht hat er 200 eingezahlt. Und da ist es wieder die Kontinuität. Da ist es wirklich die Kontinuität. Und wie geht es dann weiter? Also Kontinuität, das heißt, du machst einen Trainingsplan, du machst Personal Training, dann haben die wahrscheinlich auch Übungen, die sie alleine durchführen, dann von zu Hause und so weiter. Und ist es dann, Jahre werden der Prozess oder sagen die dann nach einem halben Jahr, okay, danke, jetzt habe ich es raus, jetzt kann ich weitermachen. Also bei uns ist es so, der Schnitt unserer Klienten ist ungefähr dreieinhalb Jahre mit uns. Der längste ist jetzt 13 Jahre, zweimal die Woche. Ich meine, der kennt genug Übungen, der sagt, aber Stefan, wenn du nicht da bist, dann habe ich einen Geschäftstermin drin. Wie durch ein Wunder ist genau um die Uhrzeit, dann Geschäftstermin. Also für ihn ist das ein, er sagt immer, das ist seine Investition in seine Gesundheit. Also Disziplin ist ihn auch selber, ne? Ja, ja, absolut. Also das ist, und wir möchten ja nicht die Menschen an uns ewig binden. Darum geht es mir ja überhaupt nicht. Sondern mein Ziel wäre, dass so viele Menschen wie möglich verstehen, dass es mit einfachen Mitteln funktioniert, ihren Körper oder ihre Fitness, ihren Geist einfach oben zu halten. Und das funktioniert wirklich einfach. Und ich bin halt auch ein großer Fan von Coaches. Also ich suche mir eigentlich in allen Lebensbereichen Coaches und ich mache jetzt auch viel Sport, aber bei mir hat das eigentlich erst angefangen, dass ich wirklich mich wieder auf ein anderes Level auch bewegt habe, als ich mir einen Personal Trainer gesucht habe. Ganz klar, völlig verständlich. Weil in jedem Bereich gibt es ja Profis. Und du kannst ja nicht in allen Bereichen gut sein. Du kannst nicht für alles offen sein, weil dann bist du auch nicht ganz dicht. Also musst du dir in verschiedenen Bereichen einfach Profis holen, um wirklich voranzukommen. Und dieser Allrounder, ich finde immer dieses Bild mit dem Sport so schön. Ich habe früher Triathlon betrieben. Du kannst drei Disziplinen, du kannst drei Disziplinen vielleicht richtig gut, also Schwimmen, Radfahren, Laufen. Aber gegen jeden Schwimmer oder gegen jeden Profiradfahrer habe ich gar keine Chance. Das ist halt, das ist eben auch so. Du musst ja nicht unbedingt den Oberprofi an sich haben, aber warum nicht? Also ein, zwei Stunden mal von dem Besten der Besten zu lernen und wenn du wirklich, und genial ist es doch dann auch, wenn das in einem finanziellen Investment ist, wo du selbst sagst, oh, das ist aber teuer, aber dann hörst du halt richtig hin. Dann willst du auch was mitnehmen. Also nicht immer diese, das ist mein Niveau und für 15 Euro die Stunde oder 40 Euro Personal Training, das ist ja schon fast Vergewaltigung, was da angeboten wird. Ja. Okay. Du machst ja auch selber eine ganze Menge an Informationen für deine Zielgruppe. Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Ja, richtig. Genau. Der heißt effizient, gesund, nachhaltig, weil mir das ist wichtig. Ich hasse ineffizientes Training, wie man eben bei dem Vier-Minuten-Programm merkt. Gesund, ich finde, Gesundheit ist die Basis von allem, ob es die Natur ist, ob es ein gesundes Wachstum im Unternehmen ist und nachhaltig ist für mich sowieso mit das Wort. Ja. Gut, wir haben jetzt noch gar nicht über Ernährung gesprochen, da könnten wir, glaube ich, nochmal einen eigenen Podcast so aufzeichnen. Ah, ja, einige. Okay. Ich glaube, da waren eine ganze Menge Sachen drin. Also ich glaube, das Wichtigste ist anzufangen, einfach anzufangen und eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Also bei mir hat das auch ganz lange nicht funktioniert, bis ich halt gesagt habe, okay, ich mache jetzt eine Gewohnheit draus. Ich gehe jetzt eine Stunde früher ins Bett, dafür stehe ich eine Stunde früher auch und diese Stunde nutze ich, um ins Studio zu gehen, um mein Training zu machen und mittlerweile werde ich echt von alleine wach. Also ich werde immer fünf Minuten vor dem Bäcker wach und ich poste das ja auch auf Instagram und sage, Leute, das könnte ich nicht. Ich konnte das auch ganz lange nicht. Bis ich halt gesagt habe, okay, ich muss halt mein Leben erstmal ändern, dass das überhaupt geht. Und für mich ist das irgendwie, wenn ich morgens ins Büro komme und ich weiß, ich habe meinen Sport schon hinter mir, das ist irgendwie schon ein cooler Start in den Tag. Du hast viel mehr Power. Du hast viel mehr Power im Tag und es muss ja, wie gesagt, es muss ja nicht viel sein, was du an Sport treibst. Es reicht ja vielleicht zu sagen, okay, ich steige eine Straßenbahnhaltestelle vorher aus und gehe das letzte Stück oder ich parke mein Auto 500 Meter weit weg und nicht direkt vor dem Eingang und gehe einfach mal oder mache ein paar Sprints oder was auch immer. Also es kann so einfach sein. Ich finde das mit den Fitnessuern auch cool. Also die Melanie, meine Kollegin, die hat auch so eine Fitnessuhr, die muss halt immer diese 10.000 Schritte gehen. Ah ja, so ein Tracker, ja. Was halt wenigstens diese 10.000 Schritte zusammenkriegst. Ja, zum Beispiel, ja. Also was auch immer dich motiviert. Ich habe zum Beispiel zu einem sehr übergewichtigen Mann mal gesagt, der dann sagte, ah, ich finde keine Motivation. Ich so, okay, du kriegst eine einzige Hausaufgabe. Du ziehst dir deine Laufschuhe an, gehst raus aus dem Haus, gehst zum Mülleimer und kommst wieder rein. Die haben mich völlig mit komischen Augen angeschaut und dann drei Tage später hat dann eine Sprachanachricht geschickt, ja, ich habe das gemacht, aber ich wäre das zu blöd. Ich bin einfach einmal um die Runde gegangen. Ja, genau das war es ja. Wenn du dir die ganze Mühe machst, die Schuhe anzustehen, dann gehst du nicht nur bis zur Mülltonne, aber einfach nur, nimm dir nicht so viel vor, sondern nimm dir wenig vor, mach ein bisschen und das ist dann, und belohne dich dafür. Sei stolz darauf, dass du es geschafft hast und so schaffst du es dir, eine immer höhere Routine reinzunehmen und dann bist du da. Ich meine, du hast ja nicht bei Null gestartet im Sport. Du hast ja irgendwo gehabt, okay, jetzt will ich es aber nur morgens machen, ich brauche eine andere Zeit. Ich will es halt regelmäßig machen, diese Regelmäßigkeit reinzubauen. Das heißt, du hattest ja schon deinen Sport in deinem Leben vielleicht für dich zu unregelmäßig und durch diese Regelmäßigkeit ist es dadurch auch zur Routine geworden und das ist wiederum etwas, was auch wenig Überwindung kostet. Genau. Das ist es. Cool, super. Super Schlusswort. Wie kann man mehr von dir erfahren? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Kann man dich noch buchen? Hast du noch Slots frei? Ja, also ich persönlich, da wird es eng, aber ich habe ja ein sehr geniales Trainerteam. Das heißt, wie kann man mich erreichen? Einmal über den Podcast und dann über die, unsere noch offizielle Webseite contigo-personal-training.de Wir sind hier in der Rhein-Neckarie. Also Contigo mit C, ne? Genau, wie das Spanische mit dir, mit dir persönlich trainieren. Wir sind hier in der Rhein-Neckar-Region in Vierenheim eben, bieten aber auch Online-Coachings an. Das heißt, keine Videos, sondern Skype oder sonst was. Also wir wollen immer unsere Menschen sehen, die wir betreuen. Wir schreiben dadurch Trainingspläne eben für Menschen, die irgendwo auf der Welt sind. Aber die Betreuung oder die Zusammenarbeit ist halt sehr intensiv bei uns. Cool, super. Kann man über die Webseite machen, ne? Richtig, genau. Und der Podcast heißt nochmal? Effizient, gesund, nachhaltig. Effizient, gesund, nachhaltig. Stefan Schlegel. Super, vielen Dank. Also ich glaube, es war eine ganze Menge drin. Also wenn der Impuls schon da war, okay, ich versuche jetzt irgendwie eine Regelmäßigkeit in meinen Sport, in meine Täti, vielleicht gar kein Sport, aber ich versuche mich regelmäßig zu bewegen. Ich mache jetzt jeden Tag irgendwie zehn Ausfallschritte oder ich gehe jetzt jeden Tag die Treppe oder steige ein bisschen früher aus. Artgerecht. Artgerecht, genau. Artgerecht. Dann sind wir schon einen Riesenschritt weiter und von da aus kann man sich dann weiterentwickeln, Stück für Stück. Das finde ich cool. Ja, vielen Dank, dass wir da sein wollten, dann sein konnten. Da wollten wir auch. Das ist mein Glück. Ja, also das war der Vertriebsfunk-Podcast zum Thema Gesundheit, Bewegung, Sport. Was hättest du noch gesagt? Balance, ne? Balance. Stabilität. Stabilität, genau. Wenn du mehr wissen willst, wenn wir dazu nochmal einen Nachklapp machen wollen, wenn du Fragen dazu hast, gerne über den Vertriebsfunk, über Facebook, über Instagram. Gerne kannst du mich auch erreichen über Xing oder LinkedIn. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe für Unternehmer und Vertriebsprofis, wo wir uns hintereinander austauschen, wo es noch viel mehr Informationen gibt, wo ich regelmäßig live gehe. Verlinke ich dir auch unten in den Shownotes. Ja, war schön, dass du da warst. Du findest das Interview auch auf YouTube, da kannst du es dir angucken. Ich freue mich schon auf das nächste Mal mit dir und bis dahin, gib alles. Dein Christopher Funk. Tschüss. Tschüss. Wenn du noch mehr lernen willst über Karriere, Vertrieb, mehr Umsatz und sicheres Wachstum, dann schau dir doch noch ein paar andere Videos an, die wir hier haben. Oder abonniere den Kanal, dann wirst du automatisch informiert und was Neues kommt und verpasst keine Folge mehr.